Ihr habt das sicherlich auch schon mal gehört oder sogar selbst gesagt, ohne Käse könnte ich nicht leben. Deswegen wird oft behauptet, dass Käse abhängig macht. Ob das wirklich stimmt, klären wir in diesem Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Pflanzenhungar-Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Auf der WedgeMed hat Dr. Neil Bernard einen Vortrag dazu gehalten, ob Käse abhängig macht. Und ich wollte kurz erklären, was er erzählt hat und was ich davon halte. Eigentlich wollte ich euch die Rede von mir auch verlinken, aber die WedgeMed hat sich leider dazu entschieden, die ganzen Vorträge nicht mehr auf YouTube zu stellen, sondern für 60 Euro im Paket zu verkaufen. Sehr schade, wie ich finde. Allerdings hat Dr. Bernard den Vortrag schon öfters gehalten und er wurde auch aufgezeichnet und online gestellt. Also verlinke ich euch dann einfach den Vortrag. Dr. Bernard sagt, dass Käse abhängig macht, weil dort Casomorphine enthalten sind. Casomorphine sind Peptide, das sind so eine Art kleine Proteine. Die sind enthalten in Kuhmilch, aber auch in Menschenmuttermilch. Beim Säugling stärken sie das Immunsystem, regen den Appetit an, beruhigen den Säugling und stärken die Verbindung zwischen Mutter und Kind. Casomorphine sind, wie der Name schon sagt, mit Morphinen verwandt. Aber sie sind sehr viel schwächer, ungefähr 20 Mal schwächer. Und auch wenn in Käse Casomorphine konzentriert sind, wird man davon nicht heil. Damit die Casomorphine beim Mensch überhaupt wirken, müssten sie durch den Verdauungstrakt und dann auch durch die Blutirenschranke im Gehirn kommen, weil sie im Gehirn wirken. Aber ob das wirklich funktioniert, weiß man noch gar nicht. Es gibt ein paar Studien, aber die sind meistens nur an Ratten. So richtig sicher ist man sich da also gar nicht. Dr. Neil Bernard hat auch extra ein Buch zum Thema geschrieben und vergleicht immer öfters in Interviews Käse mit Crack, also mit Kokain. Und das, finde ich, ist eine ziemlich steile These und nicht sehr wissenschaftlich. Wenn man also noch gar nicht weiß, ob die Casomorphine überhaupt irgendetwas verursachen, kann es dann vielleicht an etwas anderem liegen. Macht vielleicht Käse als Lebensmittel besonders süchtig? Man hat dazu eine Studie durchgeführt und Menschen Lebensmittel vorgestellt und sie mussten dann aussuchen, welche für sie schwieriger zu widerstehen waren. Von Gurke bis Chips war alles dabei. Und Käse hat tatsächlich nur Platz 10 eingeheimst der süchtigst machenden Lebensmitteln und auf Platz 1 ist Pizza gewesen. Laut den Studienautoren liegt es daran, dass es drei Faktoren gibt, die Lebensmittel für uns besonders interessant machen. Und das ist einmal viel Fett, viel Kohlenhydrate und viel Salz. Und obwohl Käse sehr viel Fett und sehr viel Salz hat, hat es gar keine Kohlenhydrate. Man hat allerdings auch gesagt, dass es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Drogen und manchen Lebensmitteln gibt, weil die Konzentration sehr hoch ist. So ist zum Beispiel in Schnaps die Alkoholkonzentration sehr groß. Bei hochverarbeiteten Lebensmitteln ist dann halt auch die Kaloriendichte sehr hoch, der Zuckergehalt sehr hoch, Salz- und Fettgehalt ist alles sehr hoch. Das heißt, es ist ein stark konzentriertes Mittel, so wie es vielleicht Theroin oder Alkohol ist. Und da in der freien Wildbahn viel Kalorien, viel Fett, viel Salz einfach selten ist, ist unser Gehirn so gebaut, wenn wir sowas essen zu sagen, oh ja, das ist gut, davon bitte mehr. Aber nur weil der Körper sagt, das ist gut, davon bitte mehr, bedeutet es nicht, dass wir davon direkt süchtig werden. Es kann auch sein, dass man gerne Skateboard fahren geht oder Musik hört und das macht einem Spaß und der Körper sagt, oh ja, das fühlt sich gut an, davon bitte mehr. Das bedeutet trotzdem nicht, dass man musikabhängig ist. Ich persönlich finde es ziemlich bescheuert zu behaupten, dass Käse abhängig macht. Denn wer sich wirklich mal mit Suchterkrankungen auseinandergesetzt hat, weiß, das ist wirklich Fatsch. Niemand verliert seinen Job wegen Käse, zerstört seine Beziehung wegen Käse oder landet auf der Straße und prostituiert sich wegen Gouda. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich sage, hey Leute, esst so viel Käse, wie ihr möchtet. Denn Käse ist jetzt wirklich alles andere als ein gesundes Lebensmittel. Für mich ist wie bei Milch der größte Negativpunkt am Käse einfach die Ethik und der Umweltaspekt. Sprich, Massentierhaltung ist super schlecht für die Umwelt und die Tiere werden fürchterlich behandelt. Warum also sollte ich dieses Produkt wirklich nutzen? Wie sieht es aus mit veganen Käsealternativen? Da gibt es wirklich gute und schlechte. Viele pflanzliche Käsealternativen sind einfach nur pflanzliches Fett mit Verdickungsmitteln, Aroma und Farbstoff. Das hat mit gesunder Ernährung nichts zu tun. Es ist wahrscheinlich sogar noch ungesünder als das Kuhmilch-Original. Aber es gibt inzwischen auch sehr spannende vegane Käsesorten, zum Beispiel auf Cashew oder auf Mandelbasis, die tatsächlich nach traditionellen Käseherstellungsmethoden gemacht werden. Und die sind tatsächlich sehr, sehr lecker. Also ihr Lieben, erzählt mal, was haltet ihr von der Käseabhängigkeitstheorie? Könnt ihr ohne Käse leben oder habt ihr irgendwelche Tricks und Tipps, wenn ihr Bock und Gelüste auf Käse habt? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr zu sagen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr weitere Videos von mir unterstützt, indem ihr mir einen Kaffee über Paypal ausgibt. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über jeden einzelnen Daumen nach oben und abonniert Pflanzenhunger, damit ihr in Zukunft keine Videos verpasst. Ihr Lieben, wir sehen uns nächsten Sonntag beim nächsten Video. Bis dahin, macht es gut, habt eine fantastische Woche und füttert euren Pflanzenhunger. Bis dahin, macht es gut, habt eine fantastische Woche und füttert euren Pflanzenhunger.